Wand-Schulter-Flexion-Test Wand-Schulter-Flexion-Test Mit dem testen wir im Prinzip einfach nur unsere Beweglichkeit in der Schulter bei der Über-Kopf-Führung. Leichte Progression Wir fangen bei ca. 20-25 cm mit dem Fersen von der Wand entfernt weg. Schauen, dass wir einen schönen flachen Rücken haben drei Kontaktpunkte das heißt Gesäß, Oberrücken und Kopf Dann gestreckte Ellbogen seitlich neben dem Körper und dann fahren wir im V nach oben an die Wand. Wenn das möglich ist, ohne dass wir den Rücken verlieren dann steigen wir einfach ein paar Zentimeter näher zur Wand mit der Ferse wieder drei Kontaktpunkte wiederholen das Ganze das Ganze wird so lange wiederholt bis wir mit dem Fersen komplett an der Wand sind in gleicher Position haben und hier versuchen den gleichen Test auszuführen wenn ihr das schafft mit dem Fersen an der Wand zu bleiben die drei Kontaktpunkte Gesäß, Oberrücken und hinteren Kopf beizubehalten und eine volle Streckung über den Kopf zu gehen dann habt ihr optimale Schulterbeweglichkeit über Kopf mit dem Fersen mit dem Fersen mit dem Fersen mit dem Fersen